Genau, habt ihr gesehen? Der Hurensohn zeigt mir den Mittelfinger. Zeig mir den Mittelfinger ruhig, du Hurensohn! Eier hast du deswegen trotzdem keine! Lach über deine eigene Dummheit, so Assi kann man doch gar nicht sein, wie ihr abgeht! Junge, warum benimmst du dich denn wie eine? Du willst kein Assi sein, der benimmt dich auch nicht wie eine! Halt dein Maul! Keiner hört dir zu, du asoziales Aschloch! Du bist und bleibst ein Assi, ob du es wahrhaben willst oder nicht! Deine Aktion ist asozial! Jeder im Stream findet die Aktion asozial! Also halt dein Maul, du Assi! Der Einzige, der dich nicht für einen Assi hält, bist du selber! Aber du bleibst trotzdem! Nur weil du glaubst, du bist keiner, heißt denn, dass du keiner bist! Du bist und bleibst ein Assi! Und jetzt geh und fuck deinen hässlichen Assi zurück zu deiner Mama und legst dir die Windeln wechseln, du Hurensohn! Und laufst dann in die Kopfhörerlein! Halt deinen Kopf auf! Die scheiß Bullen hier einen verfickten Job machen würden, ne? Und dann einfach an den Leuten vorbeifahren würden! Jeder beschwert sich darüber, dass ich mich über die scheiß Bullen aufrech, dass ich einen Job nicht machen! Und dann krieg ich eine Anzeige, weil ich das behaupte! Und dann zieht man alle! Ich mach die! Hau mal da! 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 Ich hab so die Schnauze voll! Hau mal da! Hau mal da! Hau mal da!